so also da ist auf jeden fall dieser archivar und den müssen wir voll dröhnen oder eben uns wahrscheinlich eher und dann haben wir das gelernt dann können wir den kartenraum bauen und für den kartenraum brauchen wir ganz viele ressourcen war schon klar irgendwie ich weiß das nicht genau und dann auf jeden fall brauchen wir dämonenblut ohne ende dafür ok da ist ihm weil du doch das eine mal gefragt hast wofür wir dämonenblut brauchen und ob das weg kann ja und das ding ist du müsstest natürlich dann könntest du in mehreren basen wenn du nachher später mehrere hast über allen kartenraum bauen oder zum base to base teleportieren oder wie ganz genau also hin und zurück weißt du wenn du hin ist ja kein problem du landest dann immer an diesem obelisken wenn ihn freigeschaltet habe aber zurück geht ja dann nicht da brauchst du wieder einen kartenraum ok und also dämonenblut immer schön aufbewahren also die normalen schieferrücken haben 1450 leben und der captain 2746 geil ne würde ich davon noch mehr haben wollen aber wir haben leider nur normale ich stelle die mal wohin irgendwie wieder mal und auch nur eine normale hyöne du bist überlastet wieso das denn so nicht dein ernst das ist ja es ist echt eine ecke weg leider aber darum machen wir das ja um das dann was hat er was hat er im dunkeln sieht man die schlange übrigens nicht so gut na 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 irgendeine rache irgendeine riesenvieh was ausschaut wie die nächsten hast du ja so was das so geknurrt hat wahrscheinlich ich dachte mir das schon die sind nicht sonderlich nett würde ich nur sagen ich hab das ding kurz sehen das hat drei totenköpfe ja es ist nicht nett sage ich ja ja ist doch super oder läuft doch kaum durch die wüste von mir ja ich wusste doch nicht dass du da lang bloße schauen wo ich habe ich habe das schon was da ja da ist dieser Wächter es ist nur ein Wächter der bewacht die zählen einen ja ich glaube es war ganz gut drauf wie gut dass die nacht nicht so lange es war das ist nicht so gut warum nicht so gut ich bin schon falsch hallo ich bin ach doch jetzt war ich schon falsch fast falsch obgebogen so ich habe unsere anderen Tiere jetzt auch noch mal verdingst verdingst so jetzt haben wir keine Babys mehr aber wenigstens haben wir aus der ganzen Mühle was ja keine war einen Käpt'n rausgekriegt ja man ja super da bin ich echt stolz finde ich toll das klasse ja ja dann bist du ja schon fast da ich bin schon da ich sehe gerade sehr gespannt ist sie sehr gespannt die Beute sind hier nicht zulässig sage ich ja bauen kann man da nicht ist eine INI kacke der andere Weg führt durch die INI das schaffen wir nie da sind zig Skelette und weiß der Kuckuck was noch alles das schaffen wir nicht ja wie gesagt schade pass auf dann würde ich sagen ich versuch das jetzt noch mal kannst du wenn du runter kommst dann ist ja gut nö sterben erklärt dann nicht möglich in klettern 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 na bescheuert und ich glaube deswegen kommst du da nicht rein es gibt ja keine sellrutschen oder sein aus oder nicht dass ich wüsste wie gesagt das einzige aber du kannst ja nichts bauen nö nicht zulässig nein hm gut dann würde ich sagen verschieben wir das bis wir uns schlau gemacht haben wie das funktionieren soll mit dem Brunnen hm mir wäre er jetzt daran gelegen dass wir vielleicht hm äh die Base ein bisschen erweitern und ok schöner machen ok wir haben es ja wenigstens versucht ja klar was wir nochmal versuchen könnten ist da lang zu gehen hm wo du eben her kommst ja guck mal bitte auf die Map ja wo das Kreuz ist da ja und von dem Murielas Hoffnung ja einfach mal versuchen gerade nach äh Westen durchzulaufen durch dieses kleine Gebirge wo es übrigens teilweise zahlreiche weiße Tiger gibt hm ähm zu der Stadt äh jo sollen wir das nochmal probieren bevor wir jetzt anfangen hier blöd rumzubauen ja klar würde ich schon ja würde ich auch sagen oder mhm fit essen fassen ja besser ist ja und mitnehmen mhm okay wir haben mal 106 Fisch also ja da können wir jede Menge mitnehmen das ist es nicht also ja Wasser nochmal auffüllen mhm ich hab 58 Fleisch dabei ich denke das wird reichen gelbe Lotus blübe 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 das ist ein Trank okay ein Vergessenstrank ah ok ähm allerdings wenn du den jetzt schon herstellst verdirbter und wenn du ihn gleich nimmst dann hast du nichts mehr gelernt ist klar gut so aber ambrosie haben wir noch was im schrein im schrein aloe ambrosia ist im im ja aber aloe ist auch gut ich hab auch 10 stück mit das ist gut okay das heilschnell nicht brumm 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 ok ich nehme noch 10 mit mhm dügeln ok so essen das 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 fackeln ok hast alles jo das heißt wir laufen einfach Richtung wir suchen Conan he genau mhm das wäre doch jetzt mal sauber auja die sind in dieser Stadt nicht alle nett aber viele wenn man sie in Ruhe lässt lassen sich auch in Ruhe ok also ich war da eben nur und da einfach sein Lokal mal unterwegs und hab da natürlich den ersten der mal der ist auch immer schwer gerufen sagen wir so ja und dann hat man natürlich auch schon mal die halbe Meute am Hals da hast du die ganze Stadt am Marsch ganz genau am besten lässt man sie einfach in Ruhe solange man jetzt aber angegriffen wird wahrscheinlich genau ja davon gibt es allerdings auch ein paar wenn du so durch die Stadt kannst allerdings ist es so dass du so wie ich das mitgekriegt habe auf den Häusern und hier und da ja ja das hab ich schon gelesen mhm das ist angeblich relativ gut wo das Loot usw umgeht mhm überall Kisten und bla mhm also da kannst du richtig abzahnen mhm gut dann würde ich sagen dann gehen wir nochmal in die Richtung mhm und wow mhm gut oder knutis ja ach dieses boben immer dann mhm ich weiß nicht wo ich das mal gelesen hab dort irgendjemand gesagt angeblich sind die gesamten Dungeons miteinander unterirdisch irgendwie verbunden also das wüsste ich jetzt also das kann ich mir auch nicht vorstellen ne wüsste ich jetzt auch nicht dafür sind die teilweise auch viel zu weit auseinander mhm ja klar dann können wir doch was das was das an an äh rechen leistung für die für die Rechner wäre usw wenn das was irgendwie verbunden wäre mhm ja das ist irgendwie quatsch oder ja komplett mhm also manchmal denke ich mir wohl bei gewisse kommentare usw äh was redet ihr da ja manchmal also weiß man wirklich nicht oder wat mhm gut wir versuchen jetzt mal in die Stadt zu kommen mhm ja mal gucken mal schauen mal sehen ob wir das schaffen wenigstens haha unbeschadet da anzukommen ach ansonsten es gibt einen Reisepunkt noch übrigens finde einen Weg nach Norden ja ja sicherlich und es wäre warte mal müssten wir nicht hier irgendwo wir müssen noch runter oder wir müssen noch runter wir müssen noch runter da vorne irgendwo war das wenn ich mich nicht einmal täuschen ja ja hier sind die ganzen da sind wir vorhin vorbeigelaufen dude haha ähm wenn das jetzt hier alles nicht so klappt oder weiß ich nicht könnten wir natürlich auch schauen ob wir sonst nochmal in die Städte ähm die Steppe ja in die Steppe und Elefanten und Tiger holen und Krokos mhm ach ich geb mich schon lange nicht mehr mit den ganzen Spackos hier ab da hab ich keinen Bock hehehe wenn ich jetzt bei jedem Gegner hier stehen bleib dann bin ich in 10 Jahren noch nicht da erstens 2020 bist du schnell der Tod ja weil du die alle irgendwie zusammen pullst aber irgendwo das reicht ja das nächste ja ja hier vorne mit dem würde ich mich auch nicht anlegen obwohl die bestimmt schnell zu erledigen sind aber und er ist schon wieder auf dich ja mag mich halt mhm warum auch nicht hahaha ich mag ihn ja auch irgendwie ja ist ja ganz süß ja wenn er nur nicht so sabbern und spucken würde wäre alles gut aber er spuckt halt sehr viel und weißt du ja 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 muss ich jetzt nicht in der Wohnung haben den guten nö rutscht überall außen so ach ja die Gegend kommt mir bekannt vor was die Gegend kommt mir bekannt vor ja miau ja aber ist ok man muss das mal ausprobieren oder ja das ist ja scheiß Krokos hey ja wie gesagt ich hab also nur gelesen dass das auch ein Eingang ist es ist auch ein Eingang mhm aber da stand jetzt nicht bei wie man da reinkommt ohne zu sterben mhm vielleicht ging das vorher mal ne das kann sein weil der weiß jetzt eigentlich die Kommentare auch schon sehr wohl ja man weiß es nicht also vielleicht ist das oder die Seite schon etwas älter gewesen es kann durchaus sein mhm und äh ich hab mal ein Level wenn man allerdings wie ich jetzt gerade mal anmerken darf mhm ähm Vitalität Skilled ohne Ende hat man ja auch mehr Leben mhm ob man da dann irgendwann mal überlebt wenn man da runterspringt ich glaub nicht und sei es nur so ganz knapp das ist möglich hm weil das war ja jetzt ja echt so blatsch ja das war ja gleich instant tot also da war Fleck am Boden danke kein großes Leiden mehr das war nur so peng und platz und weg ja ja damit hab ich nicht gerechnet es war nicht es war nicht gesehen hast du ihn aber ne den hellen da ja ja so ist schon ne hm ja man wenn es gut zum bauen wäre ja wird jeder einfach sich abebauen und nicht durch die ja vielleicht haben die das vorher nicht bedacht weißt du ich bin er hinter dir und ich keine Ausdauer kannst du mir mal helfen äh ey echt man man schobst keine Frauen wie oft eigentlich noch unöflich joden davon kommt noch eine ja die seh ich auch schon mal komm her bevor du dich hier versteckst du hässlicher Vogel so hässlicher Vogelspinne hässlicher Vogelspinner hm ja und weißt du so dass da dann äh ja dass es zu einfach war es ist möglich dass sie das erst gar nicht gemerkt haben vielleicht und die sich gar keinen Kopf gemacht haben dass die Leute darunter springen könnten oder was weiß ich und jetzt gemerkt haben so ey ihr sollt durch die Inni und nicht durch den Brunnen oder so kann ja alles sein das ist ganz leicht möglich hm dass sie das dann geändert haben also ich hoffe ähm wenn man ja genau lauf mir mal noch ne ich will den nicht sehen ne nein ich hab den schon gesehen und er ist echt aua also lassen wir das muf ich musste nicht noch pullen den guten ok ja der hat jetzt in mir hier riesengroße aggro range mhm naja werden wir den blödmann nicht mehr los da kommt ne riesen spinne 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 ist lange ja ne spinne ohne beine eben da genau mhm eine schlange die packen teilweise ziemlich im Boden ne ne die sind äh die haben sich eingebuddelt das ist ja das blöde ach so die kommen erst raus wenn du die wenn du zu nahe kommst mhm so wie die rockies ja genau so in der art voll blöd hab ich schon wieder irgendwas hinter mir oder bist du das ich glaub ich ach so wenn ich mehr die musik ist schon cool hier knurrt schon wieder irgendwas so da drüben ist riesengroße unten links also rechts mhm puh ach wir haben noch das halbe gebirge vor uns ja aber grad sagen sind wir noch richtig ja ja aber das ist ja so ein verderbnisgebiet da oder was warte mal was denn ja das ist auch ne heftige geschichte also hier wohnen die ganzen verrückten da muss ich auch nicht rein nein schon gar nicht wo du rüben das feuerchen brennt äh ne das ist süß aber wir können hier durch mhm ich seh den weg auf der karte gut ich auch zumindest wenn ich jetzt die gleichen Gedanken gar im Kopf hab das denk ich mal weil das war jetzt der einzige der wirklich gerade durchführt mhm aber wow aber warum scoby ja kleiner ganz kleiner ja den hab ich eben schon gesehen aber der ist an mir vorbei mhm alles gut du bringst den natürlich mit was er wollte dich nicht mich achso na gut dann hat er jetzt gekriegt was er wollte aufs maul hallo loki wenn er so danach schreit bitte bitteschön so sandunterspülter pass guck mal da vorne guck mal da vorne guten tag na ha ha salzseben salzseben das große blaue wenn du mal auf die map guckst ja okay ah ok hoch was mach ich denn ich schau hier mücken hallo hallo da war eine mücke batsch mit dem schweren guck dir mal die coolen bäume hier an wir müssen mal die coolen bäume anschauen ja ich bin nicht so geil gemacht heiß und ich brauche mal ein nicht hör doch auf ich will den fotografieren nur voll forsten hallo so warte kommers soll sich was raus na salz denke ich mal so jetzt kann es hin abbauen ne jetzt bin ich nicht mehr zerschmetterdequellen ok ja ob das jetzt so gut ist weiß ich nicht da oben noch so ein komisches verderbnis ja ich sehe schon geil den können wir ja auch gleich noch verderbnis ich werde euch probieren was den ausmacht kriegen was soll es noch machen stein 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 aus den bäumen kriegst du wunderlicherweise Rinde öö ok wow toll oder ich finde das super wer hätte das gedacht oh ich hoffe nicht dass da irgendwas ich habe keine ahnung kreucht und fleucht wir werden jetzt einfach da hochgehendes feststellen ja finde ich ja das ist das problem jedenfalls man sieht ja die verderbnis relativ gut da ja das ist aber ja wo der rote dumpf da ist genau anscheinend ist hier nichts dahinten sind äh das skelette aber da wollen wir ja nicht hin das ist eine ini also mhm da wollen wir ja gar nicht hin wir wollten nur mal eben freischalten danke so danke viel nochmal einen blick auf die map und da lang ja gut mal nicht so schnell vielleicht geht es hier besser aber wenn wir sagen uah ok ich muss sagen die link ist auch cool die was jetzt einmal abgesehen von da die nieder oben aber ja aber die location ist cool mhm und da ist ja auch so ein so ein ding jens also was müssen wir jetzt oben oder unten längs was oben oder unten hier knurrt es schon wieder so wösch hier knurrt es schon wieder so wie hießchen hoppel könnt ihr auch einsammeln das wär der Hammer ich brauche umbringen ja ähm ich hätte gern ein kaninchen ein kaninchen kommt für den Kamin echt mal was ich das geben hehehe hehehe so ähm die Bäume so wir müssen irgendwie dann wenn wir hier rum sind gleich einmal weiter nach rechts links was denn jetzt links was da so knurrt ist glaube ich da drin irgendwo ja von mir aus gerne kann auch da drin bleiben ja haste probleme darfst du behalten ja genau es sind ja deine probleme oase von neckhead neckhead relikt beobachter anhöer hier könnte uns schon mal irgend so ein spacko entgegen kommen wir müssen aufpassen was hat er da macht er noch so ein aufriss von ich denke da kommt jetzt sonst was wie sich das hier anhört 1000 frische oben quark quark erst mal oder ich sehe die stadt ja ich auch super da wollten wir hin und vielleicht legen wir uns nicht gleich mit gott und der welt an der ist lila oder kommen wir das nur so vor echt ne kappten du bist bestimmt toll na der war ja der hammer was noch was nein nö wir sehen mal was schönes und du musstest töten besser als sie naja er hat dir nichts getan ist mal aufgestanden was ist hier los achto mit was auch die musik die musik wie wird denn ich schüttel mehr ruhe statt der reliquienjäger darf ich doch mal rein pusten ne geht nicht hoffentlich killt uns hier nicht gleich jeder zweite oben schütze 3 ja aber die tun uns nicht ja ich achso meinst du die sind nicht alle lieb Zimmermann ich hab das sie mal an der hälfte Ufer über das Richtig ja ist klar Nobert ich glaube ich könnte mal gefahren ja genau guten Tag können sie uns vielleicht helfen koch ich brauch doch kein koch geil cool oder die CD ist echt geil und die musik ist so geil hier gibt es übrigens auch noch ne ne rüstung zu lernen ne ne reliquienjäger rüstung die muss irgendwo auf irgendeinem dach stehen frau meine und tu mir allen gefallen hau hier niemanden nö ich hab wem gefunden guck mal hallo freunde ach deine kneipe ach guten tag ach ach cool alter guck dir die tänzerinnen da an was hat die denn für ne Oberweite er steht auch wie mit dem genickbruch was ist lustiger er hat übrigens drei Totenköpfe willst du ihn anhauen wer Conan du willst ihn nicht anhauen lass das du du der wein schmeckt nach gekochter kamelbisse na toll ich komm nicht mehr aus dem v modus raus äh ok ich kann mich nicht mehr bewegen was ich komm nicht aus dem v ja so jetzt achso ich hatte den äh ich hatte ihn anvisiert so ja bitte hau niemanden da kommt der mikrofon rein ja ich hab gesehen ich will keinen hauen ich will nur ein Foto machen vom kohlen und die warst auch um die zur Oberweite noch hinten aus das ist eine Dänzerin 3 ja weißt du Bescheid probiert wie die einen alle angucken was dann ja vielleicht sollte ich mal aufhören so bedrohlich herum zu rennen errede nicht mehr mehr ach wir sollten vielleicht Silbercoins mitnehmen doch kann man was ach so wie komm ich denn jetzt aus dem alter ich kann mir nicht bewegen was machst du denn du immer ich hab keine Ahnung ich kann mich nicht rühren doch jetzt mein gott ich visier immer alles an hier mhm das machst du mit Y wahrscheinlich oder? ne mit ähm kuh ich drücke leider immer kuh aus Versehen ok jetzt sehe ich es auch ok Conor hat echt drei Bünktchen ja wahr? tüdelü ich kann den on hauen und dann auslaufen die Tenter sind alle drei Jahre ne? hammer gehen wir weiter jo das habe ich noch nie gesehen das ist echt cool cool ich würde nur gerne die relativ dem nicht ausschaut dass die Maske doch nicht so erkennt uns wie es keiner ich würde gerne ein bisschen rumgucken und es soll überall auf den Neusern und zu Kisten gehen vielleicht sollten wir mal irgendwo ja ach von der Seite sind wir gekommen oder ne ja doch ne ja tüdel 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 tüdem tüdem ok da ist ein Horn ja hörner gibts da genug ja und unter der Kneipe ist übrigens auch eine Inni ja die heißt der Weinkeller und das habe ich mal im Video gesehen hm das ist der Tod alter boah das ist so übel seht hohe Priester guten Tag kann man mit euch reden das ist eingebildetes ach du was jetzt wieso falle ich hier runter weißt wo von der Wand keine Ahnung keine Ahnung äh vielleicht ne Ausdauer ach quatsch da da bitte das ist ne Mauer so ne kleine Hausmauer Ausdauer ach so so tüdel 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 ach ich sehe ne Kirse tüdel 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 Ichきます die mit dem Klettern relativ cool also das wenn es dann funktioniert ja ist schon nice nach oben, nach oben, nicht die oberkiste gseh'n nur nicht die schnell laufpaste drücken, dann lasst du mich nicht schön, dann lasst er lösen dann lasst er lösen dann gehts nach unten also ich bin jetzt schon ziemlich weit oben, hier habe ich noch nicht eine küsse gesehen doch, doch, sehe ich eine ich seh' auch eine, wie hoch wie hoch, in dem Leben ah, ich seh' dich grad du bist grad, ob ich gut später wohnt, oder? ziemlich hoch, ja ruhe blühen dann, guck hier, was haben wir denn da stahlbahn, essenbahn ja wenn man was, ja wenn man die dann erwischt hat, sind die gar nicht so schlecht ja, nehmen wir heute mit ich mag natürlich nicht natürlich nicht wir wollten nur gucken, ob alles in ordnung ist so, wir kommen wieder runter, ohne zu sterben ja, das habe ich auch gerade so überlegt okay, du gehst dann klemm ich mich da an die wand naa wenn es so einfach wäre eiche Mist so Mist, eiche Mist hohoho oh, die hauen mich ja, dann verzieh' ich hier guck mal mit scheiß, wenn ich tun verkehrt hätt' ich vielleicht tun sollen so, ich bin gleich zuhause hä? okay, dann geh' in die seiten, wo du, gott, warst nicht na, das sind plünderer und da steht plünderer ja und ich natürlich denke gehst mal gucken ja, außerhalb der Stadt, glaube ich, ist das etwas äh, ja hm ja, es war nicht außerhalb das war eigentlich mittendrin hm okay ich hab' corona getroffen mir geht's super okay, ich hab' den Alchemist gesehen ja, dann geh' weiter also die anderen ouch ouch willkommen im im neuen zuhause nö ich will nicht ja, du warst so schlau und bist gerannt, ne? ja ist richtig gut so, ich würde mich jetzt, äh um den boah, klett' da auf, ey, du um den Bau kümmern, würde ich sagen äh, ja, ich klau' dir mal okay, die haben, ja, du kommst Ressourcen, kommst du alles aufbauen, ist das Thema ja, nicht nur das, sondern ich klau' dir auch mal die, die fertig gemachten mhm Fundamente mhm so oh, ich hab' noch ein Höschen Reliquienjägerhose oh cool oben auf dem Dach muss irgendwo so'n ganz kleiner Ständer sein mit dem Turban drauf und da kannst du diese Reliquien, äh, Hunter Rüssel lernen, mhm okay, die haben sich jetzt wieder beruhigt also, wenn du in Richtung Stadt läufst, werden die anscheinend wieder ein bisschen beruhigter oder ist das einfach nur, weil du bei Kino gepennt bist? ich kann dir das nicht sagen cool aber da gibt's noch viele mehr von, die einen so okay und den Ausflug dahin können wir immer mal wieder gerne machen das, was ich jetzt unbedingt haben wollte, hab' ich gehabt ich hab' Kronen gesehen sehr schön ist, du was bist du? hohe Priester, Priester guck auf die Religion Set Set haben wir noch nicht mhm, deswegen wollen die ja mit mir nicht reden nö, nö, wir gar nicht wollen ich mein, doch, klarwürdig natürlich, immer was denn? hhhhh 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 Das war's für heute.